Auf ein Bier mit Bühl, das ist das Motto bei meinen Infoständen. Ich habe eine neue Idee, nämlich dass wir direkt vor Ort in die kleinen Orte kommen. Bis jetzt habe ich ja immer Infostände eher in den größeren Orten gemacht. Diesmal kommen wir mit alkoholischem oder alkoholfreiem Bier vor Ort nach Wilmersdorf, nach Allersdorf, nach Martinroda und nach Elgersborg. Und dort können wir dann ganz entspannt über die politischen Themen sprechen. Und da gibt es ganz, ganz schön viele, denn dank der Politik in Berlin von der Ampel oder auch von Bodo Ramelow in Erfurt läuft ja gerade ordentlich viel schief. Und darüber möchte ich sprechen. Die Termine findet ihr hier unten.